Der stärkste Bild in The Elder Scrolls Online, bei dem es reicht, eine einzige Taste zu drücken, um einfach alles wegzumähen. Darum soll es heute hier gehen, in diesem Solo-Bild-Video zum Zauberer. Ihr habt mich tausendmal mit Fragen bombardiert, wann endlich mal wieder was zum Zauberer kommt. Jetzt geht's los, PvE-Zauberer, wir gucken uns ganz genau an, was kann man da spielen, was ist interessant, klasse, ist klar, Fertigkeiten, Ausrüstung ist unklar. Was gibt es sonst noch für Einzelheiten zu betrachten? Schauen wir es uns einfach mal ingame an und ich denke, da können wir uns das gleich ganz genau im Detail zu Gemüte führen. Fangen wir an mit dem Thema Volkswahl. Volkswahl ist nach meiner Meinung nach in The Elder Scrolls Online überbewertet. Ich habe jetzt hier zwar einen Hochelf gewählt und der Hochelf hat durchaus seine Vorteile. Er ist auch die, in Anführungsstrichen, stärkste Volk, die stärkste Rasse für die Kombination mit Malka-Klassen. Aber man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, man kann auch einen Dunkelelf spielen, man kann auch einen Khajiit spielen, man kann auch einen Ork spielen. Es ist euch eigentlich wirklich selbst überlassen. Die Unterschiede hier sind mini-minimal. Das heißt also, der Hochelf, der setzt sich mit 1-2% mehr Schaden als die anderen Völker im Bereich Magica ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch alles andere an Völkern spielen. Wenn es jetzt ein Argonia-Zauberer wird, dann let's go, have fun und viel Spaß mit eurer lebenden Krokodilledertasche. Dementsprechend, da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Weiter geht es mit der Attributswahl. Auch hier ist es ganz basic. Ihr steckt einfach bei Schadensausteilern alles in das Attribut, mit dem ihr hauptsächlich kämpfen wollt. In meinem Fall ist das jetzt hier Magica. Dementsprechend habe ich alle 64 Punkte in Magica gesteckt. Solltet ihr aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen zu häufig sterben, könnt ihr auch durchaus erstmal am Anfang 10 Punkte in Leben investieren. Einfach um erstmal zu lernen. Solange ihr am Leben seid, habt ihr mehr die Möglichkeit zu lernen. Ein toter Schadensausteilner, es heißt vor allem auch im Gruppengameplay, dass zwei Schadensausteilner ausfallen. Nämlich der, der tot ist und der, der den Toten aufheben muss. Wenn ihr bei Solo unterwegs seid, dann fängt der Content häufig wieder von vorne an. Das kann durchaus mal nervig sein. Lasst euch da nicht einreden, dass ihr auch mal ein paar Attribute in Leben stecken könnt. Das könnt ihr durchaus machen. Also lasst euch nicht einreden, dass ihr es nicht machen dürft. Sagen wir es mal so. Der nächste Punkt, der auch öfters mal vergessen wird, vor allem wenn man einen neuen Charakter macht, ist der Mundestein. Hier würde ich mich ganz klar für die Diebin entscheiden an dieser Stelle hier. Die Diebin erhöht eure kritische Wahrscheinlichkeit. Kritische Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass euer Schaden und eure Heilung die Chance hat, mindestens 50% stärker zu treffen. Also 50% mehr Schaden zu machen, 50% mehr zu heilen. Das kann man noch weiter erhöhen bis auf 125% mehr. Zusätzlich zu dem 100%, die man eh schon immer hat. Dementsprechend also da kann man auf jeden Fall nochmal einiges an Schaden rausholen. Einfach hier das Nonplusultra. Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr solo unterwegs seid und ihr sagt, okay, alles klar, ich möchte jetzt mal Gruppeninhalte solo probieren. Also sowas wie Gruppendungeon solo machen. Dann würde ich euch empfehlen, die Diebin zu wechseln. Und zwar wollen wir sie dann wechseln gegen die sogenannte Liebende. Denn die Liebende hat die Besonderheit, dass sie unsere Durchdringung um ein Vielfaches erhöht. Das heißt, wir sehen jetzt hier gleich die Durchdringung hochspringen. Und zwar um einen ganz schön hohen Effekt. Wir haben jetzt hier einfach mal so 4400 Durchdringungen. Durchdringung ist mit einer der wichtigsten Werte in The Elder Scrolls Online. Dazu kann man wissen, Durchdringung beeinflusst den Rüstungswert des Gegners. Beziehungsweise sorgt dafür, dass wir einen Anteil des Rüstungswerts vom Gegner ignorieren. Und die meisten Gegner in der Open World, die haben 9100 Rüstungen. Die meisten Gegner in den Raid- und Gruppeninhalte, die haben 18200. Wenn wir jetzt also auf einen Wert kommen, in Richtung 18200, dann können wir auch Solo-Inhalte mit sehr viel mehr Schaden durchlaufen. Und da ist dann wirklich Durchdringung besser als kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Also wechselt da ruhig mal, wenn ihr sagt, okay, alles klar, ich möchte mal die 4 Red Dungeons solo probieren, ob das denn möglich ist. Und das ist wirklich theoretisch. Als nächstes geht es weiter mit dem Thema Verbrauchsgüter. Fangen wir erstmal an mit den Tränken. Ihr könnt bei diesem Bild hier einfach die Standardtränke benutzen, die euch hinterhergeworfen werden. Durch die täglichen Login-Belohnungen bekommt ihr ja immer hier die sogenannten Kronen-Dreifach-Wiederherstellungstränke. Die geben euch einfach 30% mehr Regeneration auf alles und die geben euch jede Menge Ressourcen wieder. Könnt ihr einfach erstmal spielen mit diesem Bild hier. Ist nichts gegen auszusetzen. Ihr könnt allerdings noch mehr rausholen und zwar möchte ich euch einmal zeigen, was ihr dafür kombinieren müsst, um theoretisch da, was das angeht, nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Und zwar wollen wir Bergblume kombinieren. Also erstmal wählen wir hier unsere Trangstufe aus, ganz wichtig, nicht vergessen. Und dann wollen wir Bergblume haben. Wir wollen, wo ist es denn, Schettin haben, Schlammkramm-Schettin. Und wir wollen hier ganz unten Wolfsauge haben. Kombinieren wir diese drei miteinander. Dann bekommen wir einen Trang aus. Ach gut, ich bin jetzt hier nicht auf meinem Charakter, der hier Alchemie machen kann. Dann leveln wir das einfach mal schnell, um euch das zu zeigen. So, und wenn wir das jetzt halt eben kombinieren, sprich also hier die Bergblume nehmen, hier das Schettin nehmen und reinstecken und das Ganze kombinieren mit dem Wolfsauge, dann bekommen wir jetzt hier einen Trang raus, der uns heilt. Und das Besondere an diesem Trang ist, er gibt uns auch massig Resistenzen, wie ihr hier sehen könnt. Und das Besondere jetzt hier dran ist, es gibt im Spiel einen Effekt, der einen 6000 Resistenzen gibt. Der heißt größere Behütung. Das Ding ist, solche Effekte kann man nicht mehrfach miteinander kombinieren. Aber dieser Trang hier ist ein eigener Effekt. Das heißt also, er steckt und er ist kombinierbar zum Beispiel mit größerer Behütung. Das heißt also, wenn ich jetzt hier schon sehr viel, sehr hohe Resistenzen habe und jetzt dann noch diesen Trang trinke, lässt sich das trotzdem miteinander kombinieren. Und ich kriege nochmal erhöhte Resistenzen mit oben drauf gerechnet, also super, super gut, um weniger Schaden zu bekommen, wenn man unterwegs ist und Solo kriegt man ja doch häufig sehr viel auf die Nase. Dieser Bild braucht die Regeneration prinzipiell nicht, also die 30% mehr Marker Regeneration braucht ihr nicht. Ich erkläre euch dann auch, wenn wir zum Thema Fertigkeiten und Ausrüstung kommen, warum ihr das nicht braucht. Also bleib auf jeden Fall dran. Was auch wichtig ist, ist das Buff Food, auch das häufig unterschätzt. Und zwar nutze ich jetzt hier ebenfalls wieder eins, was mir keine Regeneration gibt, denn wir brauchen sie nicht auf diesem Charakter. Einfach nur maximales Leben und maximale Marker. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Schaden machen wollt, ist das auch in Ordnung. Dann könntet ihr euch ein Buff Food herstellen, was euch nur eure maximale Marker erhöht. Ihr seht, hier kriegt ihr nochmal ein bisschen mehr. Das heißt also, ich habe dann hier knapp 1200 mehr maximale Marker, als wenn ich jetzt hier das Buff Food nehme, was mir Leben gibt. Aber ihr seht halt eben, das Leben sinkt auch um einiges. Also ich würde sagen, die 1200 Marker sind das nicht wert. Nehmt lieber die fast 4000, 5000 Leben mit, die ihr hier bekommt. Das ist meine Empfehlung an euch. Gucken wir uns als nächstes die Champion-Punkte mal ein bisschen genauer an. Auch dort gibt es Einzelheiten zu sagen. Und zwar habe ich mich jetzt hier für Waffenexperte entschieden. Denn es handelt sich hierbei um ein Heavy-Attack-Build, der fast 70% seines Schadens oder sogar ein bisschen mehr nur mit schweren Angriffen ausführt. Und hierbei ist es natürlich sehr, sehr mächtig, wenn wir diesen Schaden, der eh schon einen Großteil unseres Gesamtschadens ausmacht, nochmal um 20% erhöhen können. Diesen Champion-Punkt findet ihr ein bisschen versteckt, wenn ihr hier reingeht unter Waffenexperte in dieser Galaxie. Dann haben wir hier Waffenmeister, was unseren direkten Schaden erhöht. Würde ich euch persönlich empfehlen, denn auch da wieder. Wir spielen mit einem Blitzstab. Das ist ein bisschen was Besonderes, denn der hat zwei Schadenskomponenten. Auch das möchte ich euch gerne einmal ganz kurz ein bisschen demonstrieren. Dazu schnappen wir uns einfach mal eine zweite Übungspuppe, damit ihr wisst, was ich meine. Und stelle euch das hier daneben, dann könnt ihr euch das vielleicht ganz gut schon mal vorstellen, was ich da jetzt letzten Endes meine. Es ist aber wirklich ganz einfach, also habt keine Angst. So, hat ein bisschen gedauert. Das hat hier leider nicht gleich funktioniert mit den Übungspuppen. Jetzt stehen sie da aber. Wenn ihr mit euren Zerstörungsstab, vor allem mit dem Blitzstab, einen Angriff macht, dann ist das immer direkter Schaden. Direkter Schaden erkennt ihr daran, dass er weiß oder gelblich ist. Also ihr seht jetzt hier die Schadenzahlen, die ich jetzt hier ausführe, die sind weiß oder gelblich. Der Blitzschaden kann aber auch zusätzlich noch Flächenschaden machen. Machen wir nämlich einen voll aufgeladenen schweren Angriff, seht ihr, dass der Schaden auch übergeht auf andere Ziele. Also zum Beispiel auf den rechten, der kriegt jetzt ebenfalls an dieser Stelle hier direkten Schaden. Und deswegen sehen wir jetzt hier auch nochmal einen weiteren Schadenseffekt. Und zwar unter den, den wir hauptsächlich gerade angreifen, sehen wir einen roten Schadenseffekt. Dieser rote Schadenseffekt, der ist Schaden über Zeit. Gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, wie viel Schaden wir hier machen, wird ganz schnell klar. Wir machen viel mehr direkten Schaden, also viel mehr weißen und gelben Schaden, als roten Schaden über Zeit. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, dann dementsprechend auch den passenden Champion-Punkt mitzunehmen. Also den, der unseren direkten Schaden erhöht, nicht der, den unseren Flächenschaden erhöht oder unseren Schaden über Zeit erhöht. Als nächstes haben wir Ausnutzer mit dabei. Ausnutzer erhöht unseren Schaden gegen aus dem Gleichgewicht gebrachte Gegner. Hier ist ganz einfach erklärt, mit Blitzschaden habt ihr eine geringe Chance, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Da wir aber sehr viel Blitzschaden bei diesem Bild mit dabei haben, fast hauptsächlich, haben wir eine sehr gute Chance, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das sorgt dafür, dass wir regelmäßig 10% mehr Schaden machen. Und 10% mehr Schaden auf alles ist auf jeden Fall effektiver, als jetzt beispielsweise hier noch sowas wie Einzelzielschaden mitzunehmen oder Schaden über Zeit. Also können wir dementsprechend austauschen. Wir haben aber jetzt noch einen Platz frei. Bei denen ist es jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal so, da könnt ihr ein bisschen hin und her wechseln. Ich würde euch allgemein empfehlen, da müsst ihr nie wieder was anpassen, einfach die 6% mehr Einzelzielschaden noch mitzunehmen. Das wirkt dann zum Beispiel auch halt eben, wenn wir jetzt hier auf den Gegner gerade eben Schaden gemacht haben, ist die Schadenskomponente vom Blitzstab, die den Gegner anvisiert, eine Einzelschadenskomponente. Und der Schaden, der auf andere Gegner umspringt, das ist der Flächenschaden. Deswegen, wie gesagt, ist ein bisschen zweigeteilt der Schaden vom Blitzstab. Wenn ihr aber jetzt beispielsweise sagt, okay, ich möchte auch mich anpassen auf andere Inhalte, zum Beispiel Gruppeninhalte, dann könntet ihr auch zum Beispiel Kampffinesse oder Hinterhalt mitnehmen. Ihr werdet keinen Riesenunterschied bemerken. Das heißt also, ihr macht dann vielleicht 1-2% mehr Schaden, müsstet dann halt den Championpunkt ab und zu mal austauschen, je nachdem, ob ihr gerade in Solo-Inhalten unterwegs seid oder in Gruppeninhalten. Ich würde euch empfehlen, bleibt einfach gleich bei Tödliches Zielen, der Unterschied ist so minimal, dass ihr das ehrlich gesagt nicht austauschen müsst. Also, wenn ihr aber austauschen wollt, dann Gruppeninhalte, Tödliches Zielen, Solo-Inhalte, Kampffinesse, genau, so ist es richtig rum. Da dann ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, meine Empfehlung, bleibt einfach gleich bei Tödliches Zielen, macht keinen Unterschied, deswegen lasst es einfach. Als nächstes haben wir die roten Championpunkte. Da würde ich euch erstmal die empfehlen, die eure Überlebensfähigkeit erhöhen. Das heißt also, grenzlose Vitalität und verstärkt, die, würde ich sagen, sind auch keine Geschmackssache, die würde ich immer mitnehmen. Jetzt ist so ein bisschen das A und O, seine Wahl zu treffen bei den roten Championpunkten, weil auch hier ist es wieder so ein bisschen abhängig davon, was ihr spielen wollt. Wenn ihr es besonders einsteigerfreundlich haben wollt, so wie ich es euch in diesem Bild hier ans Herz legen möchte, würde ich euch jetzt hier entgleitend und geschicktes Ausweichen mitnehmen. Das sorgt dafür, dass ihr automatisch alle 21 Sekunden ausbrecht, ohne dass ihr etwas drücken müsst und ohne dass ihr Ausbrechkosten habt, also Ausdauer verliert. Und das gleiche auch, ihr habt alle halbe Minute eine kostenlose Ausweichrolle. Ich halte das für sehr mächtig, vor allem für Einsteiger, weil es halt euch besonders viel Flexibilität bietet. Es ist aber jetzt so, wenn ihr zum Beispiel in einem Raid-Inhalt unterwegs seid, also auch mal mit einer anderen Gruppe spielt, dann wollt ihr vielleicht sowas mitnehmen wie Geistmeisterschaft, um andere Spieler möglichst schnell aufzuheben. Wenn man jetzt mit so einem Bild hier wie diesem unterwegs ist, dann kommt es ja doch nochmal häufig vor, dass ihr in Gruppen unterwegs seid, wo auch mal ein Spieler stirbt. Und es macht halt einfach mehr Spaß, wenn man seine Spieler schnellstmöglich wieder aufhebt, damit die wieder mit Schaden machen können. Weil wenn einer tot ist, dann ist ja einer weniger, der Schaden machen kann. Also schnellstmöglich aufheben. Deswegen, Geistmeisterschaft würde ich mitnehmen und dafür entgleitend rausnehmen, wenn ihr jetzt beispielsweise in Zwölfer- oder Viererinhalten unterwegs seid. Wenn ihr der Meinung seid, ausbrechen kann ich, da habe ich ein gutes Gefühl für und ich weiß, wie es funktioniert, dann könntet ihr noch euer Lauftempo um 10% erhöhen. Denn Magikercharaktere sind häufig etwas langsamer unterwegs, also ein bisschen träger. Das könntet ihr ausgleichen, zum Beispiel mit 10% mehr Laufgeschwindigkeit. Auch hier wieder die üblichen Champion-Punkte wie Verjüngung oder beispielsweise hier sowas wie Bestand durch Leiden, was unsere Regeneration erhöhen würde, ist bei diesem Bild einfach Quatsch. Brauchen wir nicht, weil wir brauchen keine Regeneration. Dementsprechend müssen wir sie auch nicht mitnehmen, wäre ja eine Verschwendung. Sowas wie auslaugende Zauber brauchen wir dann dementsprechend auch nicht, weil wir brauchen keine Magiker, die wiederhergestellt wird. Dementsprechend können wir auf solche Sachen getrost verzichten. Worauf wir nicht getrost verzichten können, sind unsere Skills und damit kommen wir jetzt auch mit zu einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Die wollen wir uns natürlich ganz genau einmal anschauen und in welche Richtung wir jetzt hier welche weiterentwickeln. Also gucken wir uns mal meine erste Ausrüstungsleiste an und ich gehe die Sachen mal je nachdem durch, wie wichtig die Skills sind. Das heißt also, welcher Skill ist besonders wichtig, welchen sollt ihr besonders regelmäßig aufrechterhalten und erneuern. Ich gehe darauf aber auch gleich nochmal beim Punkt Rotation ein bisschen genauer ein. Der wichtigste Skill bei unserem Bild ist eigentlich mit Abstand von der Dädrichen Beschwörung hier die Dädrische Beute, die Weiterentwicklung von Dädrischer Fluch. Diese erhöht nämlich, solange sie aktiv ist, den Schaden unserer kämpfenden Begleiter um 45% absolut bombastische Zahl. Das bedeutet, dass unser Sturmadrinarch stärker wird, dass unser explosive Begleiter stärker wird und dass unsere Zwielichtsmaterialien stärker wird. Also alles hier wird stärker, einfach viel zu crazy. Dem wollen wir wirklich immer aufrechterhalten. Wir wollen aber auch, dass er explodiert. Also wir lassen ihn auslaufen, nach 6 Sekunden explodiert er und dann wollen wir den aber schnellstmöglich wieder neu wirken. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Die Rotation von diesem Bild ist wirklich super easy. Danach kommen die beiden Begleiter. Ich würde sagen, die sind so das nächste A und O danach. Wir haben hier den instabilen Begleiter als Weiterentwicklung zum explosiven Begleiter. Dieser macht einfach Flächenschaden über Zeit, super stark. Macht auch Passivschaden, wenn er den Skill nicht wirkt. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also dementsprechend auf jeden Fall mit in die Leiste ziehen. Und als nächstes, und da haben wir jetzt so ein bisschen so einen Streitpunkt, haben wir die Zwielichtsmaterialien. Als Weiterentwicklung hier die Zwielichtsmaterialien beschwören. Das ist dann die, die heilt. Es gibt aber auch noch die Zwielichtsquälerin. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Die Zwielichtsquälerin, die macht ein bisschen mehr Schaden, wenn der Gegner noch besonders viel Leben hat. Nun ist es aber meiner Meinung nach so, dass die Gegner erst hauptsächlich in den späteren Phasen die schwierigeren Mechaniken bekommen. Wenn ihr also mal in Content unterwegs seid, wo es wirklich relevant ist, dann macht es eigentlich mehr Sinn, dann mehr Schaden zu machen, wenn der Gegner schon weniger Leben hat. Ich sehe also nicht unbedingt die Stärke am Anfang des Kampfes von diesem Skill. Wo ich eher die Stärke drin sehe, ist die Tatsache, dass wir hier kaum Heilung mit dabei haben bei diesem Bild hier. Und wir brauchen ja durchaus mal Heilung. Wir brauchen mal zwischendurch einen sogenannten Oh-Shit-Button, falls es uns mal richtig schlecht geht und wir in irgendeine Fläche reingelaufen sind, in die wir nicht reinlaufen wollten. Also ich kann verstehen, dass einige für maximalen Schaden die Quälerin empfehlen, aber das ist halt nicht die Zielgruppe dieser Bills. Diese Zielgruppe der Bills sind halt die Leute, die sagen können, okay, ein Prozent weniger Schaden, dafür aber wirklich eine essentiell wichtige Heilung, die ich brauche, um zu überleben. Naja, dann ist doch die Entscheidung super einfach getroffen, oder nicht? Naja, dementsprechend, ich lege euch auf jeden Fall die Zwilligsmaterialchen ans Herz, ist auf jeden Fall die Qual der Wahl hier an dieser Stelle. Ja, so viel dazu, ich würde die euch auf jeden Fall empfehlen. Der letzte Begleiter, den wir hier mit am Start haben, ist der größere Sturmmatrenach, die Weiterentwicklung vom Sturmmatrenach Beschwören. Dieser macht einfach massig viel Schockschaden, auch hier wieder Schockschaden hat die Möglichkeit, den Ginn aus dem Gleichgewicht zu bringen, also eine schöne Sache. Und wir haben noch die Möglichkeit, dass wir zehn Prozent mehr allgemeinen Schaden machen können mit den Synergien dieses Adrenachen. Die Besonderheit hieran ist, ein Verbündeter in der Nähe kann die Fertigkeit aktivieren und dann kriegen alle in der Umgebung, also auch uns mit Inbegriffen, die größere Raserei. Ziemlich starker Effekt, also sowohl im Solo-Content unglaublich strong, aber auch in Gruppeninhalten wird man euch lieben, solange ihr den vielleicht nicht direkt vor die Nase des Tanks setzt. Dementsprechend auf jeden Fall eine coole Fertigkeit. Jetzt haben wir noch zwei Fertigkeiten, die in meinem Repertoire mit drin sind, die beide zum Zerstörungsstab dazugehören. Einmal haben wir die instabile Wand, die Weiterentwicklung von Elementare Wand, die macht viel Schaden über Zeit, einfach eine schöne Fertigkeit. Und vor allem hat man hier die Möglichkeit, da es sich dabei um eine Waffenfertigkeit handelt, die Schaden über Zeit macht, dass diese auch unsere Glyphen aktivieren kann. Zum Beispiel unsere Flammenkraft, unsere Flammenschaden-Glyphe, geben wir gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, deswegen schon mal gut, dass du ein bisschen dran geblieben bist und auch noch weiterhin dran bleibst. Als nächstes haben wir Elementare Anfälligkeit, die Weiterentwicklung von Schwäche gegen die Elemente. Besonderheit an dieser Fertigkeit, sie verringert die Resistenzen der Gegner. Wir haben ja gelernt, Resistenz verringern ist eine wichtige Sache, um mehr Schaden an Gegnern zu machen, vor allem in Solo-Inhalten oder wenn wir Gruppeninhalte Solo machen wollen. Und da ist diese Fertigkeit halt unglaublich stark. Was noch mit oben drauf kommt, ist, dass sie alle Statuseffekte, also nicht alle, alle, aber alle elementaren Statuseffekte, wie Unterkühlen, Verwirrung, Brennen, all das legt sie alle 7,5 Sekunden garantiert auf den Gegner, was unglaublich strong ist. Das heißt also, diese Statuseffekte machen auch nochmal Schaden, der jetzt hier zwar nicht in diesem Tooltip im unteren Absatz mit drin steht, den ihr aber definitiv bemerken werdet. Die Besonderheit an elementarer Anfälligkeit ist, dass das so ein bisschen unser sogenannter Flex-Spot ist. Keine Sorge, ich erkläre dir natürlich, was das ist. Ein Flex-Spot ist eine Fertigkeit, die durchaus austauschbar ist, also die keine Pflicht ist, die du auch mal gegen was anderem, je nachdem, was du für einen Geschmack hast, je nachdem, wie du deinen Charakter spielen möchtest, je nachdem, was du gerade für einen Inhalt spielen möchtest, anpassen kannst. Meine Empfehlung wäre jetzt hier, wenn du merkst, okay, in Solo-Inhalten bin ich nur am Sterben, trotz Zwielichtsmaterialien fehlt mir die Heilung, dann würde ich dir kritische Woge empfehlen. Das heißt also, du nimmst das dann hier mit rein, nimmst dafür die elementare Anfälligkeit raus. Die kritische Woge heilt dich jede Sekunde um 3300 Leben, vorausgesetzt, du machst gerade Schaden. Das ist unglaublich crazy mit einer der stärksten Heilungsskills im Spiel. Nach diesem Skill hier orientiert sich ungefähr auch der Ring des Fallen Orns, eines der mächtigsten Item-Sets im Spiel. Das ist sozusagen inspiriert worden von diesem Skill, könnte man sagen. Dementsprechend, ja, Nonplusultra auf jeden Fall mitnehmen, wenn du merkst, okay, meine Überlebensfähigkeit ist nicht die beste. In Gruppeninhalten kann es ja auch vorkommen, dass du stirbst, dort hast du ja aber in der Regel einen Heiler mit dabei. Deswegen würde ich dir dort nicht die kritische Woge empfehlen, weil der Heiler dich ja heilt. Da würde ich dann, wenn du trotzdem deine Überlebensfähigkeit erhöhen musst in Gruppeninhalten, weil der Heiler vielleicht nicht so ein gutes Auge für dich hat oder der Heiler sich vielleicht auf den Tank konzentrieren muss, dann nimm doch beschworener bzw. gehärteter Schutz mit. Gehärteter Schutz hat eine Besonderheit, es ist eine Schildfertigkeit. Das bedeutet also, du baust hier schon, bevor du den Schaden bekommen hast, einen Lebensschadenschild auf. Bei Heilung ist es ja so, du hast deinen Lebensbalken und du musst erst Schaden bekommen, damit du dich wieder vollheilen kannst. Und bei Schilden ist es so, dass das obendrauf kommt auf dein Leben. Deine Überlebensfähigkeit wird also immens erhöht. Das ist auf jeden Fall ein Gruppencontent, die bessere Wahl. In Solo-Inhalten würde ich die Heilung vorziehen. Soviel erstmal zu den Skills, meine Empfehlungen hierzu. Jetzt kommen wir noch ganz kurz, bevor wir zu der Ausrüstung kommen, zum Thema Rotation. Denn warum ist dieser Bild so einfach, warum empfehle ich euch den zu spielen? Nun, es ist wirklich super easy. Dieser Bild hier macht eigentlich die ganze Zeit nur den linken Mausklick. Das bedeutet also, wir können einfach den gesamten Kampf von Anfang bis Ende einfach nur eine einzige Sache machen. Und zwar, wir halten die linke Maustaste durchgedrückt. Wenn du mit diesem Bild die linke Maustaste durchgedrückt hältst, dann machst du schon 60.000, 70.000 Schaden. Absolut lächerlich. Wenn du dann noch nach jedem schweren Angriff einen Skill dazwischen wirkst, dann steigt das auf fast 100.000 Schaden. Einfach so, for free. Du musst dafür fast nichts machen. Sieht super einfach aus. Du hältst einfach die linke Maustaste gedrückt, deinen schweren Angriff halt eben, und dann aktivierst du immer einen Skill. Du kannst diesen Skill schon drücken, während du noch die linke Maustaste gedrückt hältst. Also du kannst die ganze Zeit durchdrücken. Du lässt einfach die Maustaste gedrückt. Du machst da nichts weiter und aktivierst jetzt hier einfach immer schön deine Skills. Was anderes machst du nicht. Einfach die Skills aktivieren. Super, super easy. Linke Maustaste bleibt gedrückt. Und mehr machen wir die ganze Zeit nicht. Dabei bleibt es die ganze Zeit. Also wirklich super einfach. Einfacher kann man es wirklich nicht machen. Es gibt jetzt aber durchaus Skills, die zu priorisieren sind. Die also stärker sind als andere Skills. Der erste Skill hierbei ist auf jeden Fall unser Atrenach. Sobald der aufleuchtet der Atrenach, sollten wir den auf jeden Fall wirken. So ist es jetzt also so, dass wir vorm Kampf erstmal unseren Atrenach zum Beispiel hinsetzen, damit der Kampf dann beginnen kann. Danach als wichtigster Skill auf jeden Fall der Fluch. Den wollen wir auch so schnell wie möglich rausballern. Ja, das heißt also, Fluch und Atrenach, das sind unser Ding. Die wollen wir aufrechterhalten. Wenn wir solo unterwegs sind und mehr Schaden machen wollen, dann käme danach der elementare Entzug. Denn der verringert ja die Resistenzen der Gegner, sorgt dafür, dass all unsere Fertigkeiten mehr Schaden machen. Und der legt die Statuseffekte auf die Gegner. Das bedeutet also, jetzt ganz vereinfacht, wir konzentrieren uns eigentlich nur auf den Fluch. Das bedeutet also, am Anfang des Kampfes, wir können ja schon mal unseren explosiven Begleiter aktivieren. Dann aktivieren wir den Fluch auf den Gegner und dann setzen wir den Atrenachen. Das heißt so, Atrenachen. Und jetzt fangen wir mit den Heavy Attacks an. Und jetzt ganz entspannt einfach die anderen Fertigkeiten wirken. Unser Fluch ist abgelaufen, also die nächste Fertigkeit wird unser Fluch. Wenn da mal eine Sekunde dazwischen liegt, dann ist gar kein Problem. Meine Empfehlung, auch wenn die Fertigkeiten noch nicht abgelaufen sind. Das heißt also, auch wenn beispielsweise eure Barriere noch nicht abgelaufen ist, aber ihr habt gerade keine andere Fertigkeit, die jetzt sinnvoll wäre zu wirken, dann erneuert die einfach schon mal. Weil ihr wollt ja letzten Endes, dass alle Skills aufrecht gehalten werden. Vor allem der Fluch. Und wenn jetzt der Fluch ausläuft und ihr habt eine Fertigkeit nicht erneuert, weil ihr gesagt habt, ja, die hätte ja vor der letzten, vom letzten schweren Angriff, hättet ihr ja noch zwei Sekunden gehalten, dann habt ihr jetzt auf einmal zwei Fertigkeiten, die nicht mehr am Wirken sind. Und das bedeutet ja, dass ihr weniger Schaden macht. Also dementsprechend macht wirklich nach jedem schweren Angriff einen Skill. Auch wenn ihr den gerade nicht braucht, auch wenn der gerade noch am Wirken ist, nach jedem schweren Angriff einen Skill machen. Das Einzige, was wichtig ist, den Fluch auslaufen lassen, sodass er explodiert und dann erst wirklich als nächsten Skill den Fluch wirken. Also, einfach ruhig auch, wenn die Skills noch nicht ausgelaufen sind, den Skill schon mal erneuern, weil wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt, dann macht ihr das halt eben nach jedem schweren Angriff einen Skill ausführen und einfach die linke Maustaste durchdrücken. Es ist das Einfachste in der Welt und ihr werdet sehen, ihr macht auf einmal einen unendlich krassen Schaden. Also es ist wirklich, wirklich enorm. Und der Grund dafür, warum wir so einen krassen Schaden machen, ist unsere Waffenwahl und unsere Ausrüstung. Wir spielen jetzt hier mit einem Blitzstab. Der hat erstmal den schönen Vorteil, dass er Flächenschaden macht. Das heißt also, der Schaden, den wir mit dieser Fertigkeit machen, der geht auch noch auf andere Ziele über. Und was noch mit oben drauf kommt, ist, dass der Schaden unserer Flächenfertigkeiten um 10% erhöht ist. Das bedeutet, unsere instabile Sturmwand macht mehr Schaden unser Explosive-Begleiter macht mehr Schaden und halt eben auch unser Flächenschaden von unserem Zerstörungsstab beziehungsweise vom Stab selbst macht mehr Schaden. Er hat dementsprechend wirklich super, super easy. Dementsprechend auf jeden Fall Skillen, die sind passive und mitnehmen. Super, super strong. Jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Ausrüstung, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass unsere schweren Angriffe so krass performen, denn es liegt an den Sets. Ich fange erst mal an mit den Sachen, die besonders wichtig sind. Und das ist das Set Sturmmeister. Sturmmeister ist lächerlich stark. Wie ihr hier sehen könnt, erhöht es unseren Schaden mit schweren Angriffen um 1500. Und es gibt uns noch zweimal kritische Wahrscheinlichkeit und Waffen- und Magiekraft. Alles sehr, sehr gute Effekte. Dieses Set Sturmmeister könnt ihr euch ganz einfach erfarmen. Ich möchte euch natürlich gerne zeigen, wo ihr euch das erfarmt. Und zwar bekommt ihr das aus dem Grundspiel, aus den Orkaninseln. Die Orkaninseln befinden sich im Gebiet Malabal-Tor. Und zwar gleich hier ganz oben. Kommt ihr super einfach ran. Sturmmeister, absolut lächerlich stark für dieses Set. Das nächste Set, das besondere an Sturmmeister, vielleicht noch ganz kurz, es handelt sich hierbei um ein mittleres Set. Deswegen spielen wir auch so viele mittlere Rüstungsteile. Weil wir spielen hier tatsächlich, das zweite Fünfer-Set ist ein schweres Rüstungsset. Und wir wollen das kombinieren. Also wir wollen das schwere Rüstungsset spielen, weil es gibt nichts Vergleichbares im Spiel. Deswegen tragen wir Sturmmeister vorwiegend über unsere Rüstungsteile, damit wir hier mittlere Rüstung tragen. Mittlere Rüstung ist besser zum Schaden machen als schwere Rüstung. Wichtig also. Das zweite Rüstungsset, was wir über ein Rüstungsteil tragen und den Rest auf den Stab und auf dem Schmuck verteilt haben, weil es halt schwer ist, weil wir so viele wie möglich an Ausrüstungsgegenständen von diesen Setten nicht auf der Rüstung haben, sondern am Schmuck und an den Waffen, ist hier das Set Feldwebel. Feldwebel bekommt ihr auch ganz einfach aus dem Grundspiel. Und zwar ebenfalls aus dem Grundspieldungeon der Kanalisation von Wegesruh. Der Name sagt es schon, wo sich dieser Dungeon befindet. Und zwar befindet er sich hier in Sturmhafen in der Stadt Wegesruh. Da findet ihr den Gruppendungeon. Und dort bekommt ihr das Set. Ganz einfach. Ihr könnt es euch sogar solo erfahren. Dementsprechend spielt er ruhig die erste Variante und dann bekommt ihr das Stück für Stück. Denkt dran, den Stab und den Schmuck bekommt ihr vorwiegend aus den Truhen und aus dem Endboss. Dementsprechend schön immer die Augen offen halten nach Truhen und die, wenn möglich, mitnehmen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, da wir, irgendwo müssen wir ein Rüstungsteil hinmachen, weil wir brauchen ein Schmuckteil für das nächste Rüstungset hier, für das nächste Item. Deswegen, ich muss ja das fünfte Rüstungsteil irgendwo hinlegen. Den fünften Rüstungsgegenstand habe ich daher auf die Brust getan, denn die Brust, der Torso ist in SLS Online das mit am meisten Rüstungspunkten. Wenn ihr jetzt also das fünfte Setteil von Feldwebel auf den Gürtel tut oder auf die Schultern, ist das Quatsch, weil da verliert ihr Resistenzen, die eure Überlebensfähigkeit erhöhen würden. Deswegen achtet darauf, dass ihr euch wirklich ein Feldwebel Küras herstellt. Der würde euch am meisten Rüstungspunkte geben, weil das das Rüstungsteil ist mit am meisten Rüstungspunkten. Dementsprechend lohnt es sich auch hier ein schweres Rüstungsteil mitzunehmen. Jetzt haben wir schon gesehen, was hier das nächste Set-Item ist und das ist der Eichenseelenring. Ihr könnt das auch ohne den Eichenseelenring spielen, auch dann ist der Bild ziemlich, ziemlich strong, aber der Eichenseelenring macht schon eine ganze Menge aus, denn ihr seht hier, der gibt einem jede Menge Effekte. Der macht zum Beispiel die schweren, aufgelandeten Angriffe 80% stärker, einfach lächerlich. Dementsprechend auf jeden Fall mitnehmen, einfach nur ein sehr starkes Item hier, was wir auf jeden Fall am Start haben wollen. Dieses Item, dazu habe ich noch mal ein extra Video gemacht. Dieses Video verlinke ich dir jetzt gerne einmal oben auf den i. Schau da auf jeden Fall mal rein und guck dir das Video an, dann weißt du, wie du das Item bekommen kannst. Kommen wir zum letzten Set hier, und zwar ein Füllset. Jetzt ist es so, wenn ihr ganz neu im Spiel seid, dann wollt ihr vielleicht eure Überlebensfähigkeit erhöhen, um noch mehr aushalten zu können. Wir haben schon 28.500 Leben, daher finde ich das persönlich nicht mehr so sinnvoll. Wenn ihr das aber unbedingt machen wollt, dann schaut euch mal das Set Auszubilden an. Das gibt euch schon bei einem einzigen Rüstungsteil 1.300 Leben. Ist also ziemlich stark. Das bekommt man einfach aus den Anfangsgebieten. Das heißt also beispielsweise hier aus Belkart, oder hier aus Balfolien, oder hier beispielsweise aus Kenatis Rastner. Also von verschiedenen Orten könnt ihr das bekommen. Äh, Betnik, Entschuldigung. Deswegen guckt euch die Startgebiete an, dann droppt das. Aber wir haben ja eigentlich genug Leben, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ein Set mitzunehmen, was mehr Schaden macht. Und das ist hier an dieser Stelle Schleimkropf. Schleimkropf erhöht unsere kritische Wahrscheinlichkeit, und zwar auch mehr als andere Sets. Dieses Set Schleimkropf ist ebenfalls Teil des Grundspiels, kommt man also ziemlich einfach ran. Und dazu muss man einfach bei den unerschrockenen Kisten öffnen, indem man ab und zu mal Gruppendungeons macht. Macht euch keine Gedanken, Gruppendungeons auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind wirklich nicht die Welt. Aber bis dahin, bis ihr das Set hier habt, könnt ihr erstmal ein Teil Auszubildender spielen. Dementsprechend meine Empfehlung Schleimkropf, sorgt dafür, dass ihr mir Schaden macht. Wenn ihr merkt, okay, ich möchte jetzt wieder das Thema, ihr wollt gerne Vierer-Dungeons solo machen, dann wird euch häufig die Durchdringung fehlen. Dort gibt es dann ein besseres Set. Auch hier, ähnlich wie bei der Diebe, ähnlich wie bei Mundosstein, tauschen wir dann aus. Und zwar wechseln wir dann auf das Rüstungsset Krax. Auch hier, wie bei der Liebenden und bei der Diebe als Mundosstein, Schleimkropf gibt uns Krit, Krax gibt uns Durchdringung. Auch wie das gleiche Spiel, wenn ihr Gruppeninhalte solo machen wollt, meine Empfehlung, sich das Set mal genau anzuschauen. Bekommt ihr aus Pilzgrotte 1. Es ist also lächerlich einfach. Ihr könntet sogar noch ein bisschen einfacher rankommen. Die Schultern sind vielleicht sogar ein bisschen umständlich. Und zwar, indem ihr euch einfach Schultermeister, Sturmmeister auf die Schulter legt und dann mit einem Schleimkropf oder einem Kraxkopf spielt. Weil den Kopf bekommt ihr einfach, indem ihr die Dungeons einmalig abschließt. Das heißt also, das ist nicht mit Glück verbunden, wie jetzt beispielsweise bei den Schultern. Die muss man sich erst bei den Unerschrocknen holen. Den Kopf, der ist noch einfacher zu erhalten. Dementsprechend vielleicht sogar eine Empfehlung eher, das Ganze so rum anzugehen. Also besorgt euch einfach den Kopf von Schleimkropf oder von Krax und eine Schulter von Sturmmeister. Kommen wir jetzt ein bisschen zu der Ausrüstung, wie die hier gestaltet ist. Es gibt ja noch mehr als nur die Sets. Das heißt also, ihr seht, ich habe hier auch verschiedene Eigenschaften drauf. Beispielsweise die Eigenschaft göttlich. Die erhöht die Effizienz meines Mundesteins, was bei uns halt mehr Crit oder mehr Durchdringung bedeutet. Dementsprechend mit Abstand das Stärkste. Wenn ihr jetzt erstmal irgendwelche Rüstungsteile bekommt, die euch vielleicht mehr EP geben oder sowas wie erfüllt. Erfüllt ist beispielsweise sehr ähnlich. Auch fast gleich stark wie göttlich kann man definitiv erstmal spielen. Würde ich langfristig aber austauschen. Und auch wenn ihr jetzt erstmal noch nie Regel-Champion-Punkte habt, dann spielt vielleicht erstmal Lehrend. Wenn ihr das zufällig gedroppt bekommen habt, also zufällig ein Item von Sturmmeister bekommen habt im Lehrend, nutzt es erstmal. Und mit der Zeit könnt ihr dann die Eigenschaft dieses Items ändern. Wie ihr die Eigenschaft eurer Items ändert, auch dazu habe ich ein extra Video für euch gemacht. Auch das verlinke ich euch einmal oben. Schaut da gerne mal rein. Also auf jeden Fall da mal einen Blick drauf werfen. Dann haben wir auf unserem Schmuck die Eigenschaft Blutdurstig hier als nächstes. Blutdurstig sorgt dafür, dass wir in Abhängigkeit vom Leben des Gegners mehr Schaden machen. Je weniger Leben der Gegner hat, desto mehr Schaden machen wir. Es gibt eine Eigenschaft, die ähnlich gut ist. Die nennt sich erfüllt. Ich finde aber tatsächlich auf diesem Bild hier, wo wir auf relativ wenig Sachen achten müssen, ist Blutdurstig durchaus eine gute Wahl. Und zwar, wie gesagt, auch hier wieder, die meisten besonderen Mechaniken, die bei Bossen dazukommen, bekommen die erst, desto weniger Leben die haben. Das bedeutet, das ist sinnvoll, die dann so schnell wie möglich Platz zu machen. Wenn die Bosse also schon wenig Leben haben, ist es schön, wenn das exponentiell stirbt. Das Viech, was da vor euch ist. Dementsprechend Blutdurstig eine gute Wahl. Ihr könnt auch erfüllt spielen. Erfüllt hätte die Besonderheit, das wirkt von Anfang an des Kampfes. Und erfüllt macht nicht nur euren Schaden stärker, sondern auch zum Beispiel eure Heilung. Wenn ihr jetzt also beispielsweise mit der Kraftwoge spielt, die euch ja passiv heilt, dann könnte es durchaus sinnvoll sein, auch sich mal die Eigenschaft erfüllt anzuschauen. Meine Empfehlung ist jetzt hier aber blutdurstig. Auf meinem Stab habe ich Präzise drauf. Erhöhte kritische Wahrscheinlichkeit macht einfach sehr viel Schaden. Verzauberung, wie ihr sehen könnt, Flammenschaden. Bringt den Gegner mit ein bisschen Glück zum Brennen. Sorgt dafür, dass wir unglaublich viel Schaden über Zeit machen. Dann hier dreimal sogenannte Magiekraftlüfen. Gibt uns ein bisschen Regeneration, das ist das Unwichtige. Wichtig sind die 174 Magie und Waffenkraft, die wir hier kriegen. Und auf unserem Körper habe ich hier, wie ihr sehen könnt, überall Malka drauf, weil man könnte auch hier überlegen, ob man vielleicht die Brust mit Leben verzaubert. Wenn ihr sagt, ich sterbe immer noch zu häufig, ich brauche 30, 31.000 Leben, dann macht das halt eben, wenn ihr das für richtig haltet. Dann könnt ihr hier auch gerne eine Lebensglüfe drauflegen, auf ein Rüstungsteil. Aber wie gesagt, ich sehe da keine Notwendigkeit. Wir haben 28.000 Leben, also können wir alles mit Malka verzaubern. Dementsprechend meine Empfehlung hier, guckt euch auf jeden Fall eher Malka als Variante an. Jetzt gibt es noch alternative Sets. Am Anfang wollt ihr, sagt ihr vielleicht, da sind jetzt ja schon Gruppendungeon-Sets drin, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Also ich bin ja noch nicht mal fähig, überhaupt irgendeinen Gegner in der Open World zu töten. Kann ich gut verstehen, wenn das euer Gedanke ist. Dann ganz wichtig, das ist ein komplexes Thema. Deswegen habe ich Einsteiger-Set-Empfehlungen für euch extra in diesem Video hier zusammengefasst. Schau dir das auf jeden Fall an, damit du jetzt hier nicht unkomplettes Wissen hast und das nicht verpasst. Da findest du auf jeden Fall Sets, die du nutzen kannst, bevor du Sturmmeister und bevor du hier Feldwebe besitzt. Sturmmeister